Musik Hallo! Reine weiße Bindel? Ich habe sie nie gesehen. So eine weiße Windel habe ich noch nie gesehen. Die weiße Windel? Warum sie weiß sind? Schöne Windeln haben Farbstoffe. Sogar Schadstoffe wie Formaldehyd. Und die können die Haut des Babys verletzen. Die fühlt sich noch leicher an, als die ich für mein Baby genutzt habe. Sie ist sehr hygienisch und sicher. Sie sieht aus sehr gesund und tastet sehr weich. Weich und weiß. Es scheint, dass nur eine weiße Windel süß und gesund ist. Wirklich. Noch weicher ist mein Kaschmir-Schal. Sehr bequem. Wie viel kann sie saugen? Das ist unglaublich. Die Absorptionsfähigkeit einer normalen Windel ist vielleicht nur die Hälfte dieser Windel. Ist das blaue Wasser wirklich Wasser? Darf ich mit meinem Wasser versuchen? Sie saugt so schnell. Auf einmal aufgesaugt. Sie saugt ja so schnell. Wirklich trocken. Wirklich trocken. Wirklich trocken. Wirklich trocken. Ich sauge mich mehr darum, dass die Windel sich beult und bricht, weil mein Baby sich sehr viel bewegt. Man greift die vollgesagte Windel wieder hoch. Das Innenteil ist immer noch gut. Sehr schön. Wirklich toll. Jetzt möchte ich diese versuchen. Welche Marke? Ich habe es nicht in Apotheken gesehen. Ist das eine neu entwickelte Technologie? Ist diese Windel importiert? Es gibt keine solche Windel in Deutschland. Kommt die aus England? Nichts. Amerika? Wo kommt die her? Aus China. Aus China? Aus China. Ihre Technologie ist super. Bark and Windy ist auch sehr gut. Ich habe ein chinesisches Tattoo. China ist toll. Die chinesische Windel ist auch toll. Ich möchte das für mein Baby kaufen. Wo kann ich das kaufen?